Und wir machen mal hier ein paar Drehungen, 4 Euro, los geht´s. Falsche Richtung. 1. Hallo, es sei gut, was hat genügt jetzt hier? das ist noch nicht gerade 20 sorry so richtig was groß ist scheinlich mit drinnen zu sitzen hier und spielwechsel leider ein bisschen spät aber Fülle hat sich noch nicht getan da scheint doch nicht mehr viel zu passieren aber los er hätte mal voll knallen würde so 60 also von 40 hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen aber naja vielleicht erwartet man auch zu viel so 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 tja und mal wieder vernichtet schade 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 zocken ohne Erfolg bing bong ach diese Teufelsspiel eigentlich wollte ich es nicht anmachen das ist immer so eine Sache naja wir gucken mal das ist wieder so was wo man nicht aufhören kann das eigentlich ist ja furchtbar so so fehlt dir eben so ein diamant nachher wieder zum schluss das kennen wir alles schon bei und so so wir w Oh, das ist mehr Diamantin. Ich komme zu Rottobono, so kann es auch machen. So wird das nix. Langsam könnte er was anständig bringen hier und vor allem mehr Diamanten. Der ist schon da. Na das wird doch eine schwere Geburt, wir sehen uns schon mal da. Die Diamanten kommen überall da wo sie schon sind. Da gibt es einen. Da waren es nur noch vier. Nur noch ist gut. Nicht eben mal Lotto-Bonus, das ist aber schwach. Ich hätte das bloß nicht angemacht. Ach, ich ärgere mich jetzt schon wieder. Oh, noch drei. Aber dann haben wir sie ja erst voll. Da beeilt sich. Ich guck an. 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 Das ist schon da. Ich guck mal. Bisschen alleine hier. Da dünnen ja die Pfoten, mit mal ein bisschen Jass. Oh, zwölf, halt mal her. So, die Beben da vergessen, aber halt. Übe, übe, übe. Na? Ja, war so klar. Oh, jetzt fehlt noch einer. Das ist die Arsche nachher voll und dann kommt das Speller oben. Oh, guck an, da ist ja ein Ding. Hm, na? Oh, dein Ernst, Alter. Oh, nein. Die müssen wir jetzt ausmachen. Ist das bitter. Ne. Jetzt haupt er doch aus. Bei drei Diamanten, ja, geil. Oh, es geht los. Vier. So was kommt. Mach voll, ne, den hier. Oh, sechs Stück, fünfzig Euro. Sein Ernst? Nein, das nicht mal im Minus geschäft war. Gut, wir haben versucht, wir haben vorgekriegt, wir haben durchgewonnen. Das war's. Haut rein. Holen Temptation. Holen Temptation. Zwei Euro. Los geht's. Los hauen wir ein paar anständige Äppel raus hier. Ah, mehr davon. Das ist ja voll uncool. Vielleicht gibt es da was. Oh, es kommt, na wohl. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Na, da ist es kommt. Ah, schade. 51. Haben wir trotzdem noch keine Äppel gesehen hier. Hm, Kombuch-Globe-Kähne. Bringt nix. Spielwechsel.